Ich habe hier Besuch. Wir sind gerade in der Herde, haben uns fachlich ausgetauscht, Jens und Patricia. Und Patricia ist auch in dem Thema unterwegs, was Bodenfrustmärkern, Nachhaltigkeit angeht. Das ist total spannend. Und Jens, den kenne ich auch schon länger. Der ist Kräuterexperte, aber die können auch selber noch was sagen. Ich finde es total toll, wie hier die Kühe gehalten werden. Und ich bin ein großer Fan von Familie Möller und den Öko-Merkburen und der solidarischen Landwirtschaft. Ja, und ich wollte die, wie sich denn so wirtschaftet, so Kuna sozusagen.